Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Nikon D500 so einstellt, dass ihr damit absolut brillante 4K Videoaufnahmen anfertigt. Wenn wir die D500 nun vor uns stehen haben, dann schalten wir die zunächst einmal ein. Wir stellen dann sicher, dass wir uns im M-Modus befinden, also komplette Kontrolle hier über die Verschlusszeit haben und über die Blende. Auf die Blende gehe ich jetzt erstmal nicht ein. Bei der Verschlusszeit ist es tatsächlich wichtig, dass wir hier auf einer 60. Sekunde bleiben, weil wir später in diesem Tutorial Videos mit einer Bildrate von 30 Bildern pro Sekunde erstellen werden und dafür eignet sich diese Verschlusszeit optimal. So, wenn wir das gewährleistet haben, dann gehen wir ins Menü. Ich drücke auf Menü und zwar gehen wir hier in das sogenannte Filmaufnahme-Menü. Alle Einstellungen, die jetzt hier auf diesem Bildschirm zu sehen sind, sind Standardeinstellungen der Nikon D500 und die ändern wir jetzt so, dass wir wirklich kristallklares 4K Video erzeugen. Optional könnt ihr hier den Dateinamen eingeben, da standardmäßig beginnt er mit dem Präfix DSC. Ihr könnt hier aber auch MOV für Movie eingeben und könnt dann schnell anhand des Präfixes schon erkennen, dass es sich um ein Video handelt. Der Speicherort ist standardmäßig vorbelegt mit XQD, benutze ich nicht stattdessen eine schnelle SD-Karte, darum ändere ich das hier auf SD. Und jetzt folgen wir nicht der Menüreihenfolge, sondern springen direkt mal zum Punkt Bildgröße, Bildrate. Denn wenn wir hier gleich unsere Einstellungen für 4K Video gemacht haben, dann werden einige der Menüpunkte, die wir sonst noch durchgehen müssten, ausgegraut und automatisch vorbelegt. Wir erstellen später ein Video mit der Bildgröße 3840x2160 Pixeln. Das ist das, was wir allgemein hin als 4K bezeichnen. Das Ganze machen wir mit 30 Bildern pro Sekunde, weil es einfach den flüssigsten Bildablauf, die flüssigsten Bewegungen einfängt. Jetzt sehen wir, was ich vorhin sagte. Die Auswahl des Bildfeldes ist automatisch auf DX belegt. Die Filmqualität ist ebenfalls hoch und wenn wir ein bisschen weiter runter schauen, ist auch das Active D-Lightning ausgeschaltet. Schauen wir wieder hoch, machen wir weiter da, wo wir aufgehört haben. Das nächste, was wir haben, ist der Punkt ISO-Empfindlichkeitseinstellungen und der ist tatsächlich recht wichtig. Wir haben einmal die Möglichkeit, hier in der Mitte zu sagen, okay, im Modus M, da benutzen wir die ISO-Automatik oder wir schalten die ISO-Automatik aus. Ihr könnt beides machen. Beides hat seine Vor- und Nachteile. In der Regel fotografiere ich oder vielmehr nehme ich Filme mit der ISO-Automatik auf. Die schalte ich also ein. Ich mache allerdings noch eine Änderung hier dran und zwar sage ich, dass die maximale Empfindlichkeit der ISO-Automatik im Modus M sich nicht bis zu einem Wert von 51.200 als ISO bedienen darf, sondern maximal 10.000. Denn ich persönlich finde, dass bei einem ISO-Wert über 10.000 deutliche Probleme auftreten bei der Betrachtung des Videos im Anschluss. Es können beispielsweise Farbrauschen auftreten oder auch Rauschen generell. Darum möchte ich, dass die ISO-Automatik maximal 10.000 als ISO-Wert benutzt. Wann benutze ich die ISO-Automatik? In fast 90% aller Fälle. Außer wenn ich jetzt irgendwo im Studio bin und ausschließen kann, dass sich die Lichtverhältnisse auf meinem Motiv verändern, dann kann ich hier auch manuell vorgehen und kann also sagen, okay, ich stelle einzig alleine komplett die ISO-Zahl ein und benutze die dann auch während der gesamten Aufnahme. Aber die ISO-Automatik arbeitet gut und auch wenn sich die ISO-Automatik während einer Aufnahme tatsächlich einen anderen Wert sucht, seht ihr das nicht am Video. Anders wäre das, wären wir nicht im Modus M und die Blende würde sich verstellen, dann hätten wir sprunghaften Anstieg oder Abfall der Helligkeit des Bildes. Das ist hier nicht der Fall. Darum in 90% der Fälle benutze ich tatsächlich die ISO-Automatik. Kommen wir zum Weißabgleich. Den Weißabgleich kann die Kamera auch entweder automatisch für uns durchführen oder wir stellen den einmal fest ein. In der Regel benutze ich hier tatsächlich den Weißabgleich automatisch, denn wenn ich einmal irgendwo bin und eine Aufnahme mache, bleibt in der Regel das Umgebungslicht immer bei der gleichen Temperatur. Weiter geht es mit dem Picture Control. Bei Picture Control, da verwende ich grundsätzlich die Einstellung FL ausgewogen, im Englischen Flat, daher FL. Warum benutze ich FL und nicht irgendwas anderes? Dieses ausgewogene Farbprofil bietet uns später, wenn wir das Video am Rechner bearbeiten, die meisten Möglichkeiten irgendwo noch einzugreifen. Im Videobereich gibt es kein RAW-Format, aber das FL-Profil kommt dem schon recht nah. Hiermit kann ich später noch am meisten machen und die Kamera nimmt mir nicht wichtige Entscheidungen im Vorhinein ab, die ich dann nicht mehr revidieren kann. Darum FL ausgewogen. Weiter geht es bei der Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Zahlen. Das lasse ich auf normal. Die Flimmerreduzierung kann ich auf Auto stellen oder auch auf die jeweilige Herzzahl des Stromnetzes, was in Deutschland beispielsweise 50 Hertz wäre. Ich habe aber das schon ein paar Mal getestet. Die Flimmerreduzierung funktioniert tatsächlich sehr gut. Und sie erkennt automatisch, welche Herzzahl im Stromnetz vorhanden ist und reduziert dann ein Flimmern im Bild, was zum Beispiel durch künstliche Leuchtquellen erzeugt werden kann. Wir lassen die hier auf automatisch. Die Mikrofonempfindlichkeit, die pegele ich entweder manuell oder automatisch. Ich mache es meistens so, wenn ich mit dem integrierten Kameramikrofon arbeite, dann lasse ich den Pegel automatisch steuern. Wenn ich ein externes Mikrofon an der Kamera verwende, dann steuere ich den Pegel manuell. Pegel automatisch steuern lassen wir hier drin. Beim Frequenzgang habe ich die Möglichkeit, die Aufzeichnungen, die Tonaufzeichnungen abzustimmen auf das, was ich aufnehmen möchte. Breitband eignet sich eher für die kompletten und realistischen Wiedergabe und Aufnahme der Umgebungsgeräusche. Voice soll ein Standard sein, speziell für Sprachaufnahmen. Ich persönlich mag den Voice-Sound einfach hier nicht. Darum bleibe ich auch bei Sprachaufnahmen eigentlich immer auf Breitband. Und dann habe ich hier noch die Windgeräuschreduzierung. Die Windgeräuschreduzierung habe ich eingeschaltet, wenn ich mit dem internen Mikrofon aufnehme. Außer wenn ich das in geschlossenen Räumen mache, so wie hier jetzt, dann schalte ich die aus, denn sie ist nur eine potenzielle Fehlerquelle und kann dazu führen, dass etwas als Wind erkannt wird, was eigentlich gar kein Wind ist und was ich eigentlich später gerne hören möchte. Darum lasse ich die Windgeräuschreduzierung aus. Das war es auch schon. Wir sind wieder oben im Menü angekommen. Jetzt können wir im Grunde genommen anfangen, unsere Videos mit der D500 aufzunehmen. Wie machen wir das jetzt? Ich verlasse einmal hier das Filmaufnahmemenü und wir stellen hier unten die Kamera an diesem kleinen Kippschalter um auf den Videomodus. Wenn wir jetzt das Live-View aktivieren, dann sehen wir hier, dass ich das 4K-Bildfeld durch die Kamera sehen kann. Ich habe alle Informationen, die ich vorher eingestellt habe, auch hier oben im Menü. Ich könnte diese Informationen auch nicht nur über das Menü ändern, sondern auch wenn ich die Infotaste drücke, kann ich hier schnell durchgehen durch all die Eigenschaften, die wir vorhin eingestellt haben und kann hier also sagen, okay, ändere zum Beispiel die Mikrofonempfindlichkeit auf einen manuellen Pegel, tue ich jetzt nicht, daher gehen wir da wieder raus und ich bin jetzt hier im Videomenü. Jetzt kann ich auch schon anfangen, Videos aufzunehmen. Das ist ganz einfach. Ich kann die Aufnahme starten mit dem roten Knopf hier oben, links des Auslösers, links unten des Auslösers und damit kann ich sie auch wieder stoppen. Das sind eigentlich die idealen Einstellungen für die Nikon D500. Worum wir uns jetzt noch nicht darum gekümmert haben, ist das ganze Thema Autofokus. Ihr könnt entweder den Autofokus nutzen, indem ihr den Autofokus natürlich an Kamera und Objektiv einschaltet und dann fokussiert über den Autofokus. Ich mache das in der Regel mit dem AF-S Single, damit ich nur einmalig den Autofokus durchführe und nicht ständig. Und das könnt ihr natürlich auch auf den Follow-Fokus ändern. Ihr könnt auch hier drücken, um auf einen bestimmten Bildbereich zu fokussieren. Diese Funktion könnt ihr abschalten mit dieser Schaltfläche, die ihr hier auf der linken Seite seht. Manchmal ist es ganz sinnvoll, die auszuschalten, dass man nicht aus Versehen irgendwie drankommt an die Kamera und dann eben aus irgendeinem Grund den Fokus verstellt. So, an diesem Punkt kommt jetzt die Blende ins Spiel. Die steht jetzt momentan bei Blende 10. Ich kann hier jetzt auch andere Blendenwerte wählen. Wir können uns das mal angucken. Ihr seht jetzt also hier, wenn ich die Blende ganz aufdrehe, wird das Bild insgesamt dunkler. Das heißt, der ISO-Wert muss nach oben korrigiert werden, damit das Bild gleich hell bleibt. Ich habe jetzt hier eine relativ hohe Schärfe im gesamten Bildbereich, auch im Hintergrund. Wenn ich jetzt mit dem ISO-Wert weiter runtergehe, Richtung zum Beispiel hier 1,8, dann seht ihr, dass der Hintergrund verschwimmt. Und das dient natürlich dazu, dass ich mein Motiv, zum Beispiel eine Person, die ich interviewe, oder in diesem Fall die Kamera, ein bisschen vorm Hintergrund abgrenzen kann und dass das einfach gefälliger aussieht. Die Blende-Einstellung ist im Grunde genommen genauso wie beim Fotografieren zu bedienen. Nur, ihr müsst euch darüber im Klaren sein, dass ihr die, wenn ihr sie während der Aufnahme verändert, unter Umständen, man das durchaus sieht, dass das Bild eine kurze Zeit dunkler oder heller wird, bis dann eben die ISO-Automatik die ISO-Zahl korrigiert und das Bild damit wieder künstlich aufhält oder nach unten korrigiert und das Bild damit künstlich abdunkelt. So, jetzt könnt ihr eigentlich anfangen. Das Einzige, was ihr noch wissen müsst, die Aufnahmen sind auf eine maximale Zeit von 29 Minuten und 59 Sekunden begrenzt. Danach hört die Kamera auf zu filmen, aber danach kann man die Kamera auch einfach wieder einschalten. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.